Ah hallo! Schönen guten Tag. Man 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 immer diese Randys. Ich hätte gern... Oh, Schüsse. Ah ja. Zum Himmel. Holger, steig ein. Ey, darf ich nicht. Ist der Ara tot? Ja, der wurde gerade erschossen. Ja, komm, steig ein jetzt, Digga. Ich darf nicht einsteigen. Warum denn? Ach, da geradeaus sind die Arden da. Ja, wo denn markiert? Äh, oh, keine Ahnung. Kannst du es probieren? Ich weiß aber, das ist... Ich hab keine Waffe. An Position des Adlers am Boden des Hunters sind mehrere bewaffnete Artikel. Okay.